Und weiter geht's mit Hellblade. So, wir müssen jetzt diese Zeichen wiederfinden und ich denke, ich werde er wahrscheinlich wieder ewig brauchen, so wie beim letzten Mal. Okay, schauen wir doch mal gleich was finden. Äh, da könnte doch die erste sein, oder? Ist doch schon das erste, oder? Ja. Okay, das erste Hammer. Freie. Ist gar nicht schlecht, dass so ein bisschen eine Hilfe mit drin ist. Okay, hier ist irgendwo... Ah, da ist es, okay. Das muss doch das Kreuz sein, oder? Oh, da muss ich das von außen machen. Oh. 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 Schau ihn vor ihm und Feuer werden hinter ihm verbraten. Das war das komische andere Hieroglyphe. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht da oben irgendwo wäre. Hier geht es jetzt eigentlich nicht weiter. Das ist auf jeden Fall denke ich mir das letzte Tor. Wir gehen jetzt einfach mal dort hoch. Weil ich glaube umsonst ist dieser Weg ja nicht da. Oh, okay. 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 Das ist kinder so aus, ne? Das ist kinder so aus, ne? Oder ist es unter uns? Ich glaube, es könnte unter uns sein. Wir schauen einfach mal runter. Das ist kinder so aus, ne? Das ist kinder so aus, ne? Das ist kinder so aus, ne? Das ist kinder so aus. Das ist kinder so aus. Das ist kinder so aus. Hier sehe ich jetzt nix. Dann muss es ja da oben irgendwo sein. Das ist kinder so aus, ne? 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 Ne? Das ist kinder so aus, 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 ne? Das ist kinder so aus. Das ist kinder so aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist irgendwo von da oben Aber wo? Oh! Jetzt hängt er das Zeigen gar nicht mehr an Hier? Oh! Oh! Ich habe keinen Plan, Leute Muss ich dann vielleicht doch darüber nochmal gehen? Oh! 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 Und dann können wir hier Aufmachen Okay, jetzt haben wir schon eine Art Shortcut freigeschalten Ich habe das Zeichen auch nicht mehr jetzt da Ich sehe das Zeichen nicht mehr Ich weiß es nicht Ich sehe das Zeichen nicht mehr Ich sehe das Zeichen nicht mehr Hier vielleicht irgendwie darin Malta Sieht doch so aus oder nicht? Oh, ey, das nervt mir jetzt schon wieder Ja? 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 Das ist wieder auch so einigermaßen mehr Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie werden sterben. Sie werden sterben. Geh auf, schnell! Wälder Schmiede! Wälder Schmiede! Wälder Schmiede! Geh auf, schnell! Geh auf, schnell! Geh auf, schnell! Geh auf! Geh auf, jetzt! Geh auf, jetzt! Geh auf, jetzt! Geh auf, jetzt! Oh, oh, oh! Wie ist denn? Geh Innerphal? Geh die schnell. Was ist passiert? Was ist der Angebin? Bleib du mich. uter Welt. Ta-ten! Stop him! Stop him! Geh! Versteh! Versteh! Geh! Da-deh! Geh! 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 Geh, gasp! Fokus! Focus! Geht mir, Schaube! We'll get up! Focus! 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 Ich bin der Fall. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR A greater battle takes its place And so it goes Until we fall And in the end We all fall Even the gods have their time Yet we still go on Why? I made a promise And I will go to hell to keep it I die Free Knowing you will carry my stories with you I have fulfilled my quest Yes, you have When darkness comes I vow To guide you In this life and the next To fulfill yours Then I will see you in hell Be ready To face Horror In the eye As I have To find your answers Your quest Okay Damit wäre der erste Boss erledigt Jetzt setze ich mich auf den Thron drauf Nee, schmarrn Wir haben unterm Kampf eine Fokusfähigkeit bekommen Sehr geil Damit können wir die Zeit verlangsamen Richtig, richtig nice Das hat uns richtig geholfen Hätte ich vielleicht schon mal eher drauf kommen können So Leute Dann würde ich sagen War es das jetzt aber mit dieser Folge War sehr sehr anstrengend Muss ich sagen Aber trotzdem sehr sehr geil Genau Wenn es euch ein bisschen gefallen Würde ich mich sehr sehr über Kommentar Abo Oder auch Like freuen Wie ihr wollt Leute Alles gern gesehen Gut Dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß Auf meinem Kanal Ciao ciao Euer Andi